Wie darf ich helfen? Geht zur Gargols Unterschlupf und sucht das Auge des Zwielichs in der Nähe des Eingangs. Untersucht es. Findet einen Weg, es eurem Willen zu unterwerfen. Ah, welch wundervolles Chaos. Tschüss. Ihr nähert euch dem Auge des Zwielichs. Als eure Fingerspitzen die leuchtende Oberfläche berühren, bemerkt ihr eine bösartige Präsenz, die euch anstarrt und eure Seele durchforstet. Instinktiv zieht ihr eure Hand zurück.